Sie sehen jetzt Ausschnitte von den Vermessungsarbeiten an der Original-Speed-Kanar SC-01B. Die hat eine Länge von 84 cm. Die Aufnahmen wurden bei Gyro-Flug in Baden-Baden gemacht. Seit 1988 heißt diese Firma FFT und hat ihren Sitz in Mengen im Allgäu. Damit ein Scale-Modell ohne Kompromisse entstehen kann, ist ein Dreiseitenplan des Originals nicht genug. Es würden sich zu viele Fehler und Ungenauigkeiten einschleichen. So haben wir in mehrtägiger Arbeit alles am Flugzeug vermessen, notiert, abgezeichnet und etwa 300 Fotos gemacht. Zusätzlich wurde die ganze Aktion noch auf Video festgehalten. Als Nachbaumaßstab wurde 1 zu 2,5 gewählt. Für die Konstruktion, den Bau der Uhrmodelle, der Formen und verschiedener anderer Vorrichtungen waren ca. 4.500 bis 5.000 Arbeitsstunden erforderlich. In 46 verschiedenen, zum Teil mehrteiligen Formen werden die Teile des Modells in höchster Präzision gefertigt. Der Vorderflügel und die Hauptflügel sind in GFK-Schalentechnik hergestellt, unter Verwendung von Kohlefaserholmen. Die Querruder und Seitenruder sind leichtgängig, spaltfrei und unsichtbar gelagert. Bis praktisch ein großer Teil von der Radverkleidung kommt, das sind 55 cm. Das Fahrwerk hat unter eine Breite von 10 cm und oben eine Breite von 11,5 cm. 13,2 cm, jetzt messen wir es mal seitlich, da haben wir 12,2 cm und unten 12,5 cm. Von dem Radius nach oben hin, genau 72,5 cm breit. Hier, der Keil, 15 cm breit. Jetzt kriege ich den wieder mit auf. Papa, ich kriege den auch. Die Höhe ist 26 cm. Genau 22,5 cm. Geh mal Querruder. Und Höherruder. Das Eis ist 35 cm lang. Und wie weit geht schätzungsweise aus der eigentlichen Rumpfkontur raus? 7 bis 8 cm. Der Schaft ist 34 cm breit. Also an der breitischen Stelle. Okay, also. Nachdem Sie das Original ein wenig kennengelernt haben, gehen wir jetzt über zum Modell 1 zu 2,5 cm. Hier sehen wir den Fertigrumpf im Lieferzustand. Die Aluminiumquerstangen zur Sitzaufhängung sind bereits eingebaut. Ebenso sind die beiden GFK-Platinen zur Aufnahme des Bugfahrwerk-Pneumatikzylinders schon eingeklebt. Auch hier wie bei allen Rohkerrümpfen das Gütesiegel mit der Seriennummer. Das Brandschott aus Sperrholz ist passgenau einlaminiert. Die große Öffnung geht nach hinten in den Tankraum, dessen hinterer Abschluss gleichzeitig als Motorträger dient. An der weißen Fläche hier wird der Motor angeschraubt. Hier sehen Sie den Kühllufteinlauf und die formschlüssige Fahrwerksauflage. Das Fahrwerk wird jetzt gerade eingesetzt. Drei M6-Schrauben übernehmen die Verbindung zum Rumpf. Vom Rumpfinneren her werden M6-Muttern eingeklebt. Zum Schluss wird noch die GFK-Fahrwerks-Schachtabdeckung eingesetzt und mit zwei M4-Inbusschrauben befestigt. Das Bugfahrwerksbein wird in GFK-Kohlebauweise hergestellt. Zwei Kugellager zur Aufnahme des Radträgers sind schon eingepresst. Der Radträger wird mittels eines Aluminium-Drehteiles in den Kugellagern drehbar aufgenommen. Der Einbau des Bugfahrwerks im Rumpf ist denkbar einfach, weil alle Bohrungen passgenau angefertigt sind. Ein 6 mm Stahlbolzen dient als Schwenkachse. Nachdem die Öffnung für den Halogenscheinwerfer gemacht wurde, kann dieser eingeklebt werden. Das Abdeckglas wird nach dem Zurechtschneiden mit zwei kleinen Schrauben am Rumpf gehalten. Die Motorhaubenunterseite hat Passnoppen, welche in den Gegenstücken des Rumpfes verrutschsicher einrasten. Die Motorhaube wird mit Blechschrauben befestigt. Hier die GFK-Radverkleidungen, sehr passgenau und leicht. Der zweiteilige GFK-Spinner kann sowohl für 2-Blatt- wie auch 3-Blatt-Luftschrauben verwendet werden. Die drei Antennenflossen werden unten am Rumpf angeschraubt, links vorne die Bugfahrwerksabdeckung. Der Vorderflügel ist komplett fertig zum Anschrauben. Wie beim Original ist er auch bei unserem Modell mit einem Spaltruder ausgerüstet. Unten sehen Sie die außenliegende Drehachse. Das Bugfahrwerk wird mit Druckluft betrieben. Ein solider Pneumatikzylinder übernimmt das Festhalten und die Federung sowie Aus- und Einfahren. Gesteuert wird dies über das absolut leckfreie Roque Pneumatikventil vorne im Rumpf auf der Serverplatte eingebaut. Der Druckluftvorrat kommt aus einer leeren PU-Schaum-Aluminiumdose, die mit Schlauch-Schraubanschlüssen versehen ist. Mit dem in der Instrumententafel eingesetzten Manometer überwachen Sie die gesamte Pneumatik. Zwei starke Servos steuern die Bremszylinder an, welche bei 5 kg Schubkraft die Bremsscheiben mit jeweils 50 kg Pond festhalten. Hier wird erst links und rechts, danach synchron gebremst. Die Bremsleitungen sind hier links und rechts der Druckflasche am Rumpfboden entlang verlegt und münden im Anschluss beim Hauptfahrwerk. Dieser dient gleichzeitig zum Entlüften der Bremse. Unten beim Bremssattel endet die Druckleitung. Die Bremssattel sind schwimmend gelagert und ermöglichen sehr gefühlvolles Lenken und Bremsen. Die Stahlbremsscheiben sind über GFK-Formteile mit der Radfelge fest verankert. In diesem Modell ist ein 50 cm³ OSG Mini eingebaut. Der Motor wird mit Zündung betrieben. Als Tank liegt eine 1000 ml Flasche in dem GFK-Teil, welches auch als Motorträger dient. Die Schalldämpfung hier ist optimal ausgelegt. Die Kabinenstoßdämpfer sind nur Attrappen. Diese können Sie auf Wunsch von uns beziehen. Der 20 Watt Halogen-Bugscheinwerfer ist auch am Tage deutlich sichtbar und bei Dämmerungsflügen einfach spitze. Stroboskopblitzer in den Flügelspitzen als Sonderzubehör bei uns erhältlich. Die zusätzlich eingebauten farbigen Positionslichter sind bei Dunkelheit eine Schau. Jetzt baut uns die Maike das Modell zum Fliegen auf. Die Spannweite ist 3,11 m, die Rumpflänge 1,76 m. Das Abfluggewicht liegt bei 14 bis 15 kg. Das Festhalten der Flügelrohre übernehmen M6 Inbusschrauben, die von unten zugänglich sind. Der Vorderflügel wird mit 3 M6 Nylonschrauben in die Auflagewanne des Rumpfes geschraubt. Anschließend hängt man vom Rumpfinneren her das Rutergestänge ins Servo ein. Wenn alle 3 Schrauben gut festgezogen sind, lässt man die Vorderflügelabdeckung im Rumpf einrasten und sichert diese mit einer M3 Stahlschraube. Nach dem Auftanken und kompletten Rutercheck ist das Modell jetzt flugbereit. Achten Sie jetzt mal auf den engen Wendekreis. Als Startstrecke werden je nach Motorisierung und Windverhältnissen 30 bis 80 m Piste benötigt. Die Jokkartik aus dem Raumschiff. Die Z bewegte sind surprised. Beheid. Oh ja. Bist an, wenn das Wasser ins Bettarge zu beheirt, redig De Nacht. Die Z bewegte behebelkicken. Behold. Beheblieb. Untertitelung. BR 2018 Bei eingefahrenem Bugfahrwerk erreicht das Modell mit dem Gemini maximal 150 km pro Stunde. Wenn das Fahrwerk draußen ist, sind es circa 10 km pro Stunde weniger. Untertitelung. BR 2018 Wie Sie jetzt sehen, kann das Modell mit dem Gemini ansehen. Das Modell auch sehr langsam pflegen. Die langsamste sichere Geschwindigkeit liegt bei circa 40 km pro Stunde. Das Modell mit dem Gemini. Ja? Ja? Ja. Aber wenn es so dick ist, haben wir auch die Habe zu machen. Guck, 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 guck! Bei der Rolle wird gar kein tiefen Ruder oder nur ganz wenig gegeben. Wird im Rücken zu viel gedrückt, klappt das Modell mit der Nase nach oben, schießt mit der Kabinenhaube nach vorne bis die Fahrt weg ist, um anschließend die Nase nach unten zu nehmen. Es wird dann mit Höhenruder abgefangen. Man verliert bei dieser Aktion ca. 15 bis 25 Meter an Höhe. Natürlich ist mit dieser Speedkanal auch Rückenflug möglich. Allerdings dürfen Sie auch hier nur ganz wenig Tiefenruder geben. Dieser Rückenflug wird ausgeleitet mit einem engen Aufschwung. Achtung, jetzt kommt ein geplanter Strömungsabriss mit vollgezogenem Höhenruder bei leicht schwanzlastigem Modell. Das Modell eiert und tänzelt schon lange, bevor es gefährlich wird. Das war's. Nach 10 Meter Höhenverlust wieder alles unter Kontrolle. Ein bisschen weniger ziehen hätte auch gereicht. Am Boden wird das Modell wie das Original über die hydraulischen Scheibenbremsen gelenkt, welche mit dem Seitenruderknüppel betätigt werden. Überlagert mit Tiefenruder können beide Räder gleichzeitig gebremst werden, was die Lande-Rollstrecke erheblich verkürzt. Ebenso ist ein Motorprüflauf bei Vollgas möglich, ohne das Modell dabei festzuhalten, sofern die Räder gebremst werden. Rauschen Rauschen Diese Aufnahmen entstanden im Juli 1988 in Stockstadt bei Aschaffenburg beim dortigen Flugtag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das ist die Schifffahrt. Das ist die Schifffahrt über Fieder. Das ist der Schifffahrt über Fieder. Die Fahrt ist 1,11 m. Verschiedene Fahrt für Bezug auf Flug. Jetzt kommt eine richtige Segelflug-Landung. Das Interesse, sollten Sie jetzt...